Ich glaube, dass Leverkusen hätte schon in der ersten Halbzeit ein bisschen früher in Führung gehen können. Da wo eigentlich alle damit rechnen, dass wir jetzt mit 0-0 in die Halbzeit gehen, kommt eben dieses Gegentor, was sicherlich ungünstig für uns war, aber nicht unverdient. Denn Leverkusen hatte in der ersten Halbzeit die größeren Chancen. Wir haben aber gesagt, für uns ist es nochmal wirklich ein Finalspiel. Wir wollten ins Finale einziehen. Wir wollen dieses Jahr noch einen Titel gewinnen mit der Mannschaft und da muss ich sagen, ein großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie dann zurückgekommen ist aus der Halbzeit raus. Zur Halbzeit haben wir 1-0 geführt. Wir hatten einen klaren Plan für dieses Spiel und wir haben das in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr so gut umgesetzt, wie in der ersten Halbzeit. Und wie gesagt, Köln ist in der zweiten Halbzeit mannschaftlich geschlossen aufgetreten. Wir hätten es ja direkt nach der Halbzeit schon machen können, in der 47. wo wir die Großchance liegen lassen. Aber man hat dann eine andere Mannschaft gesehen, die Mannschaft hat Einstellung gezeigt, die Mannschaft hat Charakter gezeigt und hat sich dann, glaube ich, für ihren größeren Willen heute in der zweiten Halbzeit mit den Toren belohnt. Ja, wobei natürlich Leverkusen immer wieder auch gefährlich, gerade über Standards war. Der eine oder andere Kopfball ist da knapp am Tor vorbeigeflogen. Aber ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit und der Leistungssteigerung meiner Mannschaft, glaube ich, haben wir dieses Spiel dann heute verdient gewonnen.